Ja, hallo. In diesem Video geht es um Folgendes. Ich habe ja in einer der vorigen Videos diese Schaltung hier erklärt. Das ist ein invertierender Verstärker. So, und da haben mich viele Leute gefragt, warum ist denn die Steuerspannung ungefähr gleich 0? Ich habe ja immer wieder bei der Berechnung erwähnt, dass die Steuerspannung ungefähr gleich 0 ist. Und das verstehen manche nicht und deshalb will ich das in diesem Video ganz ausführlich erklären. Gut, erstmal zur Schaltung. Ich habe hier einen Operationsverstärker. Der soll eine Verstärkung von ungefähr 1 Million haben. Ein Verstärkungsfaktor. Und die beiden Widerstände R2 und R1, die sollen gleich groß sein. Wie groß die sind, ist ganz egal. Ja, damit kennen wir auch schon den Verstärkungsform, den Verstärkungsfaktor V der Schaltung. Und zwar ist der Minus, das ist ja ein invertierender Verstärker, Minus R2 zu R1. Ja, und da R2 und R1 jetzt gleich groß sind, ist die Verstärkung V gleich minus 1. Also die Verstärkung des Operationsverstärker ist eine Million und die Verstärkung der Schaltung, haben wir gerade ausgerechnet, ist gleich minus 1. So, um jetzt zu erklären, warum ich zwischen diesen beiden Eingängen des Operationsverstärkers immer ungefähr gleich 0 habe, im Gegenkopplungsbetrieb, Da mache ich folgendes, ich stelle mir vor, ich hätte eine super, super, super Zeitlupe. Das heißt, ich kann so richtig sehen, wie der Strom hier beginnt zu fließen. So was gibt es natürlich nicht, das ist einfach nur eine Idee. Und mit dieser Idee will ich jetzt mal die Schaltung erklären. Und zwar lege ich hier erstmal 4 Volt am Eingang an. Dann habe ich hier ein Potenzial von 4 Volt. Ja, wie viel habe ich da hinten? Da habe ich natürlich 0 Volt, weil ich habe ja gesagt, ich habe eine super, super, super Zeitlupe. Das heißt, das Ding arbeitet noch gar nicht. Ich betrachte noch den Zeitpunkt, wo ich erstmal hier meine 4 Volt anlege. So, jetzt wird der Strom fließen und zwar von 4 Volt zu 0 Volt. Und das ist eine ganz einfache Reihenschaltung aus zwei Widerständen. Da darf man sich jetzt nicht irritieren lassen durch diesen Abgang hier. Denn wir haben ja gesagt, der Eingangswiderstand eines Operationsverstärkers ist idealerweise ungefähr unendlich. Und wenn hier ein unendlicher Widerstand ist, dann ist das so, als würde die Leitung hier blockiert. Das heißt, ich habe eine Reihenschaltung aus R1 und R2. Das hier brauche ich jetzt erstmal gar nicht betrachten, diese Leitung hier, die in den Eingang reingeht. So, und wenn ich eine einfache Reihenschaltung aus R1 und R2 habe, dann wird sich da die Spannung aufteilen, also diese 4 Volt Potenzialdifferenz. Und weil die Widerstände gleich groß gewählt worden sind, das habe ich extra so gemacht, der Einfachheit halber, wird die Hälfte der Spannung hier abfallen an diesem Widerstand und die andere Hälfte der Spannung wird hier abfallen. Das heißt, ich habe eine Potenzialdifferenz von 4 Volt zwischen diesen beiden Punkten. 2 Volt fallen hier ab und 2 Volt fallen hier ab. Ja, und wenn ich hier 4 Volt habe und 2 Volt fallen ab, wie viel habe ich dann hier? Ja, 2 Volt. Schreibe ich mal hin. Ich habe hier 2 Volt. Okay, machen wir noch einen Pfeil. So, jetzt gucken wir einen Augenblick weiter und jetzt beginnt also hier dieser Operationsverstärker anzuarbeiten. Der nimmt seine Arbeit auf. Zunächst einmal guckt er nach, was habe ich denn da am Eingang? Da habe ich meine 2 Volt und dann guckt er nach, mit wie viel muss ich die verstärken? Mit einer Million. Ja, dann habe ich also am Ausgang 2 Millionen Volt, aber Vorsicht, ich habe ja hier die Eingangsspannung am negativen Eingang. Also der Operationsverstärker will versuchen, minus 2 Millionen Volt hier hinten zu liefern. Ja, das habe ich mal hier auf dieser Skala aufgezeichnet. Gut, das schafft er natürlich nicht, aber er hat erstmal die Tendenz nach minus 2 Millionen Volt. Und zwar von 0 Volt beginnend, das habe ich hier mal auf der Skala aufgezeichnet, von 0 Volt beginnend, will er jetzt hier runterfahren Richtung minus 2 Millionen Volt. Gut, und während er jetzt die Spannung senkt von 0 Volt auf minus 2 Millionen, da kommt er natürlich an verschiedenen Stationen vorbei. Und die erste Station ist hier minus 1 Volt. Die wird er auf jeden Fall oder wahrscheinlich erreichen, weil er will ja nach minus 2 Millionen Volt. Also streiche ich mal die 0 Volt durch und schreibe hin, er wird irgendwann bei minus 1 Volt vorbeikommen. So, jetzt kann ich ja nachrechnen, welche Spannung sich dadurch ergibt. Ich habe ja jetzt hier, ich habe immer noch 4 Volt hier, aber hier habe ich jetzt minus 1 Volt. Ja, das ist ein Unterschied von 5 Volt. 4 Volt und minus 1 Volt hier ist ein Unterschied von 5 Volt. Und die teilen sich so wie gerade wieder auf, auf die beiden Widerstände. Also 5 Volt durch 2 gibt 2,5 Volt. Ich weiß also hier, beziehungsweise hier fallen 2,5 Volt ab. So, und 4 Volt minus die 2,5, die hier abfallen, ergibt 1,5 Volt. Das heißt, es wird sich hier eine Spannung von 1,5 einstellen, während er auf dem Weg ist hier nach unten und während er die minus 1 Volt passiert. Gut, jetzt beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Das muss ich noch durchstreichen. Jetzt beginnt das Spiel wieder von vorne. Der Operationsverstärker guckt wieder nach, was habe ich am Eingang. Da habe ich 1,5 Volt jetzt und die 1,5 Volt verstärkt mit einer Million und ein Minus davor gibt minus 1,5 Millionen. Also er will immer noch irgendwo hier unten hin. Nicht mehr ganz so tief, aber irgendwo da unten. Ja, zu minus 1,5 Millionen. Gut, und auf dem Weg nach minus 1,5 Millionen wird er die minus 2 Volt erreichen. Ja, auf jeden Fall. Gut, also streich minus 1 Volt durch und schreib hin. Irgendwann erreicht er minus 2 Volt. Jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ich rechne jetzt durch. Ich habe hier 4 Volt, hier minus 2 Volt. Was ist das für ein Unterschied? Das sind 6 Volt. Die 6 Volt teilen sich wieder auf die beiden Widerstände auf. Also an jedem Fallen 3 Volt ab. Und 4 Volt Potenzial minus 3 Volt, die hier abfallen, ergibt 1 Volt. Also streiche ich die 1,5 durch und jetzt habe ich nur noch 1 Volt. So, und jetzt seht ihr schon etwas. Die Spannung wird immer kleiner hier. Die nähert sich 0 Volt. Da kann man noch nicht ganz genau sehen, wo es hingeht, aber man hat schon mal einen Verdacht. Gut, wir rechnen jetzt wieder von hier nach hier. Der OPV hat jetzt 1 Volt am Eingang, am invertierenden Eingang. Verstärken mit einer Million. Das ergibt minus eine Million. Also der will immer noch da unten irgendwo hin. Ich kann ja hier mal so einen zweiten Pfeil hin machen. Ungefähr da will er hin bei minus eine Million. Und auf dem Weg nach minus einer Million, also er geht weiter runter, wird ja irgendwann minus 3 Volt passieren. Also streiche ich das mal durch und schreibe hin minus 3 Volt. Gut, wir rechnen wieder durch. Ich habe hier 4 Volt, hier habe ich minus 3, also hier und hier fallen insgesamt 7 Volt ab. Verteilt auf die gleich großen Widerstände ergibt das 3,5 Volt für jeden. 3,5 Volt hier und 3,5 Volt da. Und wenn ich hier 4 Volt habe und 3,5 Volt abziehe, dann habe ich hier 0,5 Volt. 0,5 Volt. Und jetzt sieht man es schon etwas deutlicher. Das Potenzial nähert sich hier wirklich der 0 Volt Marke. Während dieses Einregelvorgangs. Gut, und jetzt rechnen wir wieder durch. 0,5 mal eine Million und ein Minus davor ergibt minus 500.000. Also wir sind immer noch hier ganz tief unten. Und während jetzt die Spannung weiter nach hier unten sinkt, wird sie irgendwann, ja, minus 4 Volt wird sie nicht mehr passieren. Sondern den nächsten Punkt, den wir mal durchrechnen, das ist folgender Wert. Den habe ich mir hier irgendwo aufgeschrieben. So, das ist folgender Wert. Irgendwann, naja, das durfte ich noch nicht durchstreichen. Das war noch verkehrt. Das hier musste ich durchstreichen. Und hier schreibe ich jetzt hin, irgendwann kommen wir zu minus 3,999. Und dann sind da noch ganz viele Stellen dahinter, aber ungefähr zu dieser Voltzahl. Also nicht ganz minus 4 Volt, sondern minus 3,999,992. Und dann kommen da noch ein paar Stellen, da habe ich jetzt keinen Platz mehr für. Gut, und jetzt wird Folgendes passieren. Ich rechne wieder durch. Ich habe hier 4 Volt. Hier habe ich minus 3,999,999. Das ist ungefähr ein Unterschied von 8, also ganz knapp 8. Diese Spannung teilt sich auf die beiden auf. Und wenn man das durchrechnet, dann erhalte ich hier ein Potenzial von, so, jetzt muss ich wieder auf meinen schlauen Zettel gucken hier, von 0,000,003,999,992 Volt. Oder das kann man auch anders schreiben. Das sind 3,999,992 Mikrowolt. Da bin ich jetzt. So, und jetzt passiert Folgendes. Rechnen wir das mal durch. Wenn ich diese Voltzahl habe, also ich habe hier nur noch Mikrowolt, nicht mehr 0,51 oder so, sondern nur noch Mikrowolt. Wenn ich die mit einer Million verstärke, dann komme ich genau dahin, zu diesem minus 3,999 Volt. Und wenn ich das wieder zurückrechne, komme ich wieder hier hin. Das heißt, dieser Ausgleichsvorgang ist jetzt abgeschlossen. Er hat also nicht hier unten so einen hohen Wert erreicht. Gut, bei minus 12 wäre sowieso Schluss, weil er dann, weil die Schaltung nicht mehr liefern kann. So ein OPV schafft nicht mehr. Aber er ist nicht ganz nach unten gegangen, sondern da ist er stehen geblieben. Ja, und diesen Wert habe ich eben vorausgerechnet. So, und wir sehen jetzt, diese Eingangsspannung hier, beziehungsweise dieses Potenzial, hat sich wirklich ganz nah an diese 0 Volt Marke herangeschlichen, sag ich mal. Wenn man das Ganze mit so einer Art super, super, super Zeitlupe betrachtet. Gut, das ist aber noch keine richtige Erklärung, sondern erstmal so ein rechnerischer, ja wie soll ich sagen, eine rechnerische Demonstration, was da in der Schaltung abläuft. Aber ist noch nicht so richtig eine Erklärung. Und deshalb erkläre ich euch das jetzt nochmal auf eine andere Art. Ja, bevor ich mit der eigentlichen Erklärung beginne, möchte ich euch allerdings erst einen Satz erklären, der in der Erklärung gleich immer wieder vorkommen wird. Und zwar folgenden Satz. Ein sinkendes Ausgangspotenzial zieht auch dieses Eingangspotenzial hier nach unten. Ja, also zunächst mal rechnerisch erklärt. Nehmen wir mal an, ich habe hier 4 Volt und hier 0 Volt. So, und jetzt senke ich die Spannung von 0 auf, sagen wir mal, minus 10. Dann ist doch die Potentialdifferenz zwischen hier und hier, die ist doch dann größer. Die war vorher 4 Volt. Wenn ich hier auf minus 10 senke, dann habe ich eine Potentialdifferenz von 14 Volt. Also erst 4 und dann 14 Volt. So, und eine größere Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Punkten bedeutet doch, dass nach dem Ohmschen Gesetz mehr Strom fließt. Denn je größer die Potentialdifferenz, desto mehr Strom fließt. Wenn aber auf diesem Weg hier mehr Strom fließt, dann bedeutet das doch, dass hier auch mehr Spannung abfällt. Ohmsche Gesetz, je mehr Strom durch den Widerstand fließt, desto mehr Spannung geht verloren. So, und wenn hier mehr Spannung verloren geht, heißt das doch, hier bleibt weniger übrig. Und das heißt eben, wenn ich dieses Potential hier senke, findet eine Rückkopplung statt und dann sinkt auch dieses Potential. Ja, das bedeutet also der Satz, wenn das Ausgangspotential sinkt, sinkt automatisch auch das Eingangspotential. Ja, und das kann ich auch hier mir so verdeutlichen, wenn ich ein Brett habe, das ist auf zwei Stelzen gelagert. So, und jetzt mache ich eine Stelze tiefer, dann wird doch in der Mitte auch die Höhe etwas kleiner werden. Ja, und genau so ist es hier, wenn dieses Eingangspotential dieser Punkt hier ist und das Ausgangspotential, das ist diese Seite des Brettes und ich senke jetzt das Ausgangspotential, also die Höhe des Brettes, dann wird in der Mitte auch eine Verminderung stattfinden. Und so ist es auch hier, diese Seite bleibt konstant 4 Volt, so wie die Höhe des Brettes auf der Liegseite. Wenn ich den Ausgang runterziehe, ziehe ich auch dieses Potential runter, genauso, genau das gleiche passiert hier. Wenn ich das Brett hier absenke, wird das Brett in der Mitte auch etwas tiefer sein. Ja, also das nur noch mal zur Verdeutlichung. Das haben wir also jetzt rechnerisch und, ja, aufgrund der Anschauung gesehen, das Ausgangspotential zieht das Eingangspotential nach unten, wenn das Ausgangspotential sinkt. Gut, und jetzt können wir eben zur eigentlichen Erklärung kommen. Ja, für die eigentliche Erklärung überlege ich mir, was passiert, wenn ich hier eine Spannung anlege, zum Beispiel 4 Volt. Ja, und da werden also drei Dinge passieren. Gut, um das zu erklären, nehmen wir einfach mal an, das hier wäre die Nulllinie in einem Koordinatensystem. Und oben sind positive Spannungen, unten sind negative Spannungen. Die linke Hand ist die Eingangspannung, also dieses Potential hier, besser gesagt. Und die rechte Hand ist die Ausgangspannung. Also, das ist die Nulllinie, Eingangspotential, Ausgangspotential. So, was passiert, wenn ich hier eine Spannung anlege? Zunächst einmal geht dann hier das Eingangspotential hoch. Das haben wir ja gerade gesagt, erst mal so Richtung 2 Volt. Also Folgendes wird passieren, Eingangspotential geht hoch. Das ist der erste Schritt. Ja, und der zweite Schritt ist genauso einfach, weil dieses positive Eingangspotential hier am invertierenden Eingang liegt, sinkt die Ausgangsspannung. Oder besser gesagt, das Ausgangspotential geht nach unten. Das ist der zweite Schritt und der sieht so aus. Zack, geht nach unten. Nochmal, erster Schritt, Eingangspotential steigt. Zweiter Schritt, Ausgangspotential sinkt, weil es eben hier, weil diese Spannung am invertierenden Eingang anliegt. Ja, nochmal, 1, 2. Gut, das war bis jetzt noch alles ganz einfach. Aber jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Also erster Schritt, Eingangsspannung steigt. Zweiter Schritt, Ausgangspotential sinkt. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt und da haben wir doch gesagt, dass eine fallende Ausgangsspannung auch dieses Potential hier nach unten zieht. Also wenn dieses Potential runter geht, geht auch dieses Potential runter. Und das ist der dritte Schritt. Und weil hier im zweiten Schritt, das hier ist der zweite Schritt, die Ausgangsspannung runtergegangen ist, geht auch die Eingangsspannung wieder runter. Die wird sozusagen zurückgezogen. Deshalb geht die von, das ist das hier, die Eingangsspannung, deshalb geht die hier wieder zurück in die Nähe von 0 Volt. Bei ungefähr 4 Mikrovolt bleibt sie stehen. Gut, also das Ganze, weil das das Wichtigste am ganzen Video ist, das Ganze nochmal erklärt. Das ist die Nulllinie, das ist die Eingangsspannung oder Eingangspotential und das ist das Ausgangspotential. Gut, jetzt passiert zunächst folgendes. Erster Schritt, das Eingangspotential steigt. So, weil dieses Eingangspotential am invertierenden Eingang liegt, sinkt dadurch das Ausgangspotential. Dann kommt der dritte Schritt, nämlich die Rückwirkung. Ein sinkendes Ausgangssignal bewirkt ein sinkendes Eingangssignal. Das heißt, das Eingangssignal wird wieder auf 0 Volt zurückgestellt. Das sind die drei Schritte. Ja, und weil diese drei Schritte so schnell ablaufen, hat dieses Potential gar nicht Zeit, erstmal bis 2 Volt zu kommen, sondern das steigt an, wird dann aber vom sinkenden Ausgangspotential sofort wieder zurückgezogen. Das heißt, es geht nur einmal ganz kurz hoch, kann man sich so vorstellen. Es entfernt sich nicht viel von 0 Volt. Und deshalb habe ich hier immer dieses 0 Volt Eingangspotential, beziehungsweise diese Steuerspannung 0 Volt, das ist ja nur anders ausgedrückt. Ja, also nochmal ganz kurz, Eingangspotential steigt, weil es ein invertierender Verstärker ist, sinkt das Ausgangspotential und das sinkende Ausgangspotential zieht das Eingangspotential wieder zurück in die Nähe von 0 Volt. Gut, wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, dann ist während dieser Erklärung direkt wieder eine neue Frage entstanden, nämlich, warum wird dieses Eingangspotential, was ja zum Beispiel auf 2 Volt ansteigt, nehmen wir mal an, 2 Volt wären hier oben, warum wird das denn direkt wieder auf 0 Volt gezogen, warum bleibt es nicht in der Mitte stehen? Also ich erkläre es nochmal, das Eingangspotential steigt, dadurch sinkt das Ausgangspotential. Die Frage ist jetzt, die Frage taucht im dritten Schritt auf, der dritte Schritt sagt, dass wenn das Ausgangspotential fällt, sinkt auch das Eingangspotential, aber warum bis 0, warum bis hier? Warum geht das Eingangspotential nicht von hier, nur bis hier runter oder bis hier? Warum geht es direkt wieder bis ungefähr 0? Das ist doch die interessante Frage. Ja und das liegt eben an dieser großen Verstärkung hier von einer Million. Oder anders ausgedrückt, wenn ich hier nicht eine Million hätte, also wenn der OPV nicht eine Verstärkung von einer Million hätte, sondern von 2, 3 oder 5 oder irgendwie sowas, eine ganz kleine Verstärkung, dann wäre hier diese Rückkopplung nicht so stark und dann würde Folgendes passieren, das Eingangspotential steigt, dadurch fällt das Ausgangspotential. Jetzt wird das Eingangspotential zurückgezogen vom Ausgangspotential, aber nicht bis 0 wieder zurück oder fast 0 zurück, sondern das bleibt irgendwo in der Mitte stehen. Und dann können wir die ganzen Formeln vergessen, da muss man ganz anders rechnen. Das erkläre ich euch in der Systemtheorie bzw. Regeltechnik. Aber dann würde das wirklich passieren, dann würde dieser Satz nicht mehr gelten, indem wir in diesem ganzen Kurs zugrunde legen, dass hier, wenn eine Gegenkopplung stattfindet, immer ungefähr eine Spannung von 0 Volt herrscht. Der gilt dann nicht mehr. Dieser Satz gilt immer nur unter der Voraussetzung, dass ich hier einen Operationsverstärker mit einer riesengroßen Verstärkung habe. So, jetzt stellt sich nur noch eine Frage. Und zwar habe ich euch ja gerade gesagt, dass dieses Eingangspotential hier zunächst einmal steigt, aber dann wieder bis fast 0 Volt zurückgezogen wird und nicht irgendwo hier in der Mitte stehen bleibt. Das liegt an der großen Verstärkung. Ja, das habe ich euch gesagt. Ich habe euch aber nicht gesagt, warum das so ist. Und das ist eben die entscheidende Frage jetzt. Nicht, dass das so ist, sondern warum ist das so? Warum passiert das durch diese große Verstärkung? Ja, dazu überlegen wir uns Folgendes. Ich lege also hier 4 Volt an. Was wird passieren? Das habe ich euch ja gesagt. Im ersten Schritt wird dieses Potenzial hier ansteigen, und zwar Richtung 2 Volt. Also nicht direkt auf 2 Volt, Richtung 2 Volt. Wir haben ja gesagt, wir betrachten das alles durch eine Zeitlupe. Gut, also das war der erste Schritt. 4 Volt anlegen. Jetzt geht dieses Potenzial von 0 Richtung plus 2 Volt. So, das war der erste Schritt. Aber jetzt im zweiten Schritt kommt diese riesengroße Verstärkung ins Spiel. Ja, und zwar hat sich jetzt dieses Eingangspotenzial nur ein ganz bisschen in den positiven Bereich rein bewegt. Ein ganz kleines bisschen. Aber durch die große Verstärkung wird sofort das Ausgangssignal ganz massiv sinken. Ja, also ganz negativ werden. So, und dann kommt der dritte Schritt, weil im dritten Schritt jetzt dieses Ausgangssignal massiv gesunken ist, findet auch eine massive Rückkopplung statt. Das heißt, dieses Eingangssignal wird massiv nach unten gezogen. Ganz stark wieder nach unten gezogen. Und deshalb hat dieses Eingangssignal hier gar nicht die Kraft, sich weit hiervon zu entfernen oder irgendwo hier oben stehen zu bleiben. Ja, also nochmal, erster Schritt, das steigt hier nur ein ganz kleines bisschen. Im zweiten Schritt haben wir eine massive Verstärkung. Und die massive Verstärkung bewirkt, dass dieses Signal sehr stark nach unten geht. Und wenn dieses Signal ganz stark nach unten geht, das ist jetzt wieder der dritte Schritt, dann wird auch dieses Signal ganz stark nach unten gezogen. Und deshalb geht es ganz stark zurück Richtung 0 Volt und bleibt dann so kurz vor 0 Volt bei 3,9 Mikrovolt bleibt es stehen. Ja, machen wir eine kurze Zwischenwiederholung. Zunächst einmal habe ich euch die drei Schritte gezeigt, die in dieser Schaltung ablaufen. Wenn ich hier eine Spannung anlege, dann beginnt im ersten Schritt dieses Eingangspotenzial hier zu steigen an. Das ist die Hand, die nach oben geht. Im zweiten Schritt wird dann Folgendes passieren, weil dieses positive Eingangssignal am invertierenden Eingang anliegt, wird das Ausgangssignal sinken. Also das geht dann runter. Das war der zweite Schritt. Den dritten Schritt hatte ich euch dann nochmal extra bewiesen. Der dritte Schritt lautet, wenn dieses Potenzial runter geht, wird das Eingangssignal wieder zurückgezogen. Also erst geht es hoch, dann geht das Ausgangssignal runter und zieht das Eingangssignal wieder zurück. So, dann haben wir uns die Frage gestellt, wie weit wird es denn wieder runtergezogen? Bis nach 0 oder bleibt es irgendwo in der Hälfte stehen? Ja, und da hatte ich euch erklärt, wegen dieser großen Verstärkung geht dieses Eingangssignal erst hoch, aber wird dann wieder fast bis auf 0 runtergezogen. Also das ist, diese zwei Sachen haben wir bis jetzt gelernt. Und dieses Wissen wollen wir jetzt verallgemeinern, weil dieses Prinzip der Rückkopplung, das gibt es natürlich nicht nur bei einem Operationsverstärker, sondern auch zum Beispiel in der Biologie oder Ökonomie. Das gibt es also in jedem Fachgebiet. Und wir betrachten ein Beispiel aus der Biologie, und zwar das sogenannte Räuber-Beute-Modell. Oder in unserem Fall ist das ein Fuchs-Hase-Modell. Ja, ich habe mal die rechte Seite der Tafel geputzt, und da habe ich so eine Skala hingemacht. Also einmal habe ich hier Füchse, das sind mehr Füchse, das sind weniger Füchse. Und hier habe ich irgendeine Zahl von Füchsen, ist ja jetzt egal, wie viele das genau sind. Also das ist nicht die Nulllinie, so wie hier in diesem Beispiel. Das steht einfach nur hier für irgend so einen Wert, der sich da eingependelt hat. Und genauso habe ich hier die Hasen. Das sind viele Hasen, das sind wenig Hasen. Und das ist so der eingependelte Wert. Nehmen wir mal an, auf der Insel hier haben wir an dieser Stelle hier 10 Füchse und 1000 Hasen. So, jetzt passiert auf dieser Insel Folgendes. Irgendein Umweltschützer befreit ein paar Füchse aus dem Tierlabor und setzt die auf dieser Insel aus. Das würde also heißen, ich habe erst mal mehr Füchse. Das ist der erste Schritt. Genauso wie hier, hier habe ich 4 Volt angelegt und dadurch ist dieses Eingangspotenzial angestiegen. Das ist praktisch der erste Schritt. Also das war der erste Schritt hier in diesem Beispiel und das ist hier auch der erste Schritt. Einfach, ich erhöhe die Anzahl der Füchse bzw. durch Anlegen einer Spannung erhöht sich dieses Potenzial hier. So, was wird passieren? Ja, das ist jetzt der zweite Schritt, was da passiert. Und da haben wir gesagt, weil dieses positive Signal am invertierenden Eingang anliegt, sinkt die Ausgangsspannung. Und das gleiche passiert auch hier. Wenn ich nämlich mehr Füchse habe, dann habe ich automatisch irgendwann weniger Hasen. Denn die Füchse fressen ja die Hasen auf. Und wenn ich mehr Füchse habe, wenn die Anzahl der Füchse gestiegen ist, werden mehr Hasen aufgefressen und die Population der Hasen sinkt. Genauso wie hier die Ausgangsspannung gesunken ist im zweiten Schritt, weil ich hier mehr Eingangspotenzial hatte. So, und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Und da haben wir gesagt, das Ausgangssignal zieht das Eingangssignal mit nach unten, wenn es runter geht. Und das ist hier auch der Fall. Wenn ich weniger Hasen habe, dann haben die Füchse weniger zu essen und ein paar von denen verhungern. Und das Signal geht wieder Richtung dieses konstanten Wertes hier. In unserem Fall war dieser konstante Wert 0 Volt. Also das heißt hier jetzt nicht 0 Füchse und 0 Hasen, sondern ein Wert, der sich so einpendelt, bevor also die Tierschützer da Füchse ausgesetzt haben. Ja, also da läuft genau das gleiche ab wie hier. So, und auch hier können wir uns jetzt wieder fragen, warum ist denn jetzt hier die Fuchspopulation wieder fast auf den Vorringwert gegangen, obwohl ich da Füchse ausgesetzt habe. Warum ist die nicht erst hochgegangen? Ich mache es mal. Erster Schritt geht hoch. Zweiter Schritt, die gehen runter. Dritter Schritt, warum geht der jetzt auf 0 und bleibt nicht hier irgendwo stehen? Ja, da haben wir hier in der Schaltung gesagt, das ist der große Verstärkungsfaktor. Und hier könnte man sagen, das ist ein großer Fressfaktor. Wenn ich hier den ersten Schritt nehme, ich setze Füchse aus und das sind Füchse, die fressen viel, dann passiert Folgendes. Im zweiten Schritt nehmen die Hasen sehr stark ab, ganz schnell nimmt die Hasenpopulation ab und ganz viele Füchse verhungern und ich komme wieder zu diesem Gleichgewichtszustand, den ich vorher hatte. Ja, und wenn ich dagegen jetzt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, eine niedrige Verstärkung hätte, sage ich mal eine von sieben, das ist ganz wenig im Vergleich zu einer Million. Ja, und hier habe ich Füchse, die essen ganz wenig, dann passiert Folgendes. Ich habe mehr Füchse, mehr Füchse, weil jemand die aussetzt, aber die fressen ganz wenig, also wird die Hasenpopulation ganz wenig abnehmen. Und weil ich nur etwas weniger Hasen habe, verhungern nicht viele Füchse, nur ein paar Stück und deshalb geht das hier nicht wieder hier hin, sondern bleibt irgendwo in der Mitte stehen. Ja, es funktioniert also genauso wie beim Operationsverstärker, das ist ein ganz allgemeines Prinzip, das sich durch alle Disziplinen der Wissenschaft zieht und sowas nennt man Gegenkopplung oder man sagt auch negative Rückkopplung. Zum Beispiel die Klimaschützer sprechen nicht von Gegenkopplung, die nennen das negative Rückkopplung. Gut, und damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Gut, und damit sind wir am Ende.